Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Und zwar seht ihr, dass Kitty jetzt einfach bei Bella liegt. Und zwar hat sie seit gestern beschlossen, dass sie einfach diese Kätzchen mit adoptiert. Und jetzt liegt sie sehr oft, wenn Bella jetzt draußen ist zum Essen oder einfach nur zum Ausruhen, liegt Kitty einfach hier mit den Kätzchen und sie schlafen dann zusammen. Und deswegen kann sich Bella jetzt auch öfters auch mal länger ausruhen. Ja, und sonst ist Kitty eigentlich fast die ganze Zeit in der Höhle, auch bitte ohne Bella. Und die Kätzchen kamen sich sogar auch mal an sie angekuschelt. Und Bella liebt Kitty auch, wie man sieht. Und Kitty hat sogar Bella gewaschen gerade eben. Vielleicht wird sie es noch wieder tun, aber gerade eben nicht. Ja, und die Kleinen hier essen und schlafen. Und dann schlafen die beiden hier auch. Oh, hallo Bella. Und Bella hat auch gar nichts dagegen, dass hier ein Kitty liegt. Sie ist sogar eher erfreut, dass sie jetzt ein bisschen wärmeres Kissen hat. Und die Kleinen haben sogar schon langsam angefangen, ein wenig ihre Augen zu öffnen, wenn man das hier so sieht. Also, die sind nicht ganz geschlossen. Einer hat sogar schon ein Auge auf, ein weißer. Aber sonst haben die halt alle so ganz kleine Anfänge vom Auge. Und ja, deswegen öffnen sie sich langsam. Und dann können wir euch zeigen, wie sie mit Augen aussehen. Und wir haben ja noch eine Katze, Tigerchen. Und wenn sie hier in Bella's Schule reinguckt, weil sie wollte auch mal diese Kätzchen riechen und so, dann fängt Bella direkt an zu knurren und zu fauchen. Also, keine Ahnung warum, aber Bella mag Tigerchen nicht so. Und vor allem nicht, wenn sie Kätzchen hat. Aber Katie akzeptiert sie. Der Viscos hier hat sich ein wenig verirrt. Aber hier, die mögen auch Katie als Schlafplatz. Ja, und Katie hat auch nichts dagegen. Bella vor allem auch nicht. Jetzt schlafen alle ein. Und so lassen sie sie dann auch schlafen. Ich werde bald noch ein Video machen, wo sie ihre Augen geöffnet haben oder wenn sie etwas größer sind. Das war's dann mit diesem Video. Wir lassen sie jetzt so schlafen. Und tschüss.